Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zur Vorschau des Zweitligaspieltags Nr. 13. Am Freitagabend geht es wieder los mit neun Zweitliga-Partien und zwar mit diesen hier. Darmstadt empfängt Holstein Kiel sowie parallel Hansa Rostock den 1. FC Kaiserslautern. Am Samstag haben wir dann Eintracht Braunschweig gegen Paderborn, Jan Regensburg gegen St. Hausen sowie Nürnberg gegen Hannover und das, ja von der Urzeit her, Topspiel der Woche Arminia Bielefeld gegen den FC St. Pauli. Sonntag auch nochmal drei Spiele im Programm mit Heidenheim gegen Fürth, Hamburg gegen Magdeburg und Karlsruhe gegen Düsseldorf. Und wie gewohnt gibt es jetzt für jedes Spiel eine Prognose von mir. Wir starten rein mit dem Blick zurück auf die vergangene Woche und sehen rechts vier grüne Häkchen. Ja, vier von neun ist in Ordnung, nicht mehr, nicht weniger. Falsch lag ich direkt mal doppelt am Freitagabend, denn ich hatte ja gesagt, Fürth schießt kein Tor in Halbzeit 1. Am Ende haben sie ja unentschieden gespielt und führten zur Pause mit 1 zu 0. Sprich, es ist doch ein Tor von den Fürth dann gefallen. Bei St. Pauli gegen Hamburg bin ich von einem hitzigen Spiel ausgegangen. Ich habe gesagt, es gibt mindestens fünf gelbe Karten. Es gab nur vier, plus ein Platzerweiß. Trotzdem ist halt faktisch meine Aussage falsch, weil es eben nicht fünf gelbe Karten gab, sondern nur vier. Aber bedingt durch den Platzerweiß war ich zumindest nah dran. Karlsruhe gegen Darmstadt hatte ich ja gesagt, es fallen mindestens drei Tore. Es sind exakt drei Tore gefallen. Sprich, das ist auf jeden Fall richtig. Falsch war dahingehend Düsseldorf gegen Nürnberg. Da hatte ich ja gesagt, in Halbzeit 1 treffen beide. Andersrum wäre es richtig gewesen, denn in Halbzeit 1 traf keiner. Richtig war dafür wieder Magdeburg gegen Braunschweig, dass kein Tor bis zur 30. Minute fällt. Generell ist ja in Halbzeit 1 kein Tor gefallen. In beiden Halbzeiten fielen Tore bei Hannover gegen Bielefeld und zwar jeweils eins. Hannover hatte ja zur Pause geführt mit 1 zu 0 am Ende 2 zu 0 gewinnen können. Sprich, wir haben ein Tor pro Halbzeit mindestens gesehen. Was auch richtig war, war meine Prognose für Paderborn gegen Sandhausen, dass nämlich der SCP in Führung gehen wird und auch das war ja der Fall. Am Ende sogar 3 zu 0 gewonnen. Falsch lag ich bei Lautern gegen Regensburg. Er hat ja gesagt, Lautern führt zur Pause und gewinnt sogar. Beides ist 0,0 aufgegangen. Und ja, falsch lag ich auch bei Kiel gegen Heidenheim. Da war es aber ein bisschen knapper. Da hatte ich ja gesagt, in Halbzeit 2 fallen mehr Tore. Am Ende fielen in Halbzeit 1 zwei Tore und in Halbzeit 2 zwei Tore. Sprich, es war ausgeglichen und ich war dann nicht so weit weg, wenn man das so sagen will. Und somit 4 von 9 richtig ist okay. Kann man auf jeden Fall diese Woche drauf aufbauen. Und darauf blicken wir jetzt und legen los mit Darmstadt gegen Holstein Kiel. Es ist sicherlich eines der Top-Spiele am Wochenende. Immerhin empfängt der Erste den Sechsten. Aber es liegen halt auch schon acht Punkte dazwischen. Und man muss ja auch generell sagen, hier in Liga 2 die Top 3 Darmstadt, Paderborn, Hamburg machen. Unglaublich guten Job. Da kommt dann erstmal keiner so richtig nah dran. Kiel könnte natürlich durch einen Sieg daran etwas ändern. Und ich bin sehr gespannt, wie beide performen. Denn die letzte Woche war bei beiden durchaus ähnlich. Kiel hat gegen Heidenheim gespielt. Eine enge, schwierige erste Hälfte. In Halbzeit 2 hat man dann das Spiel für sich entschieden. Bei Darmstadt sogar nochmal krasser. Man lag zur Pause zurück und hat aber dann auch in Halbzeit 2 das Spiel für sich entschieden. Deswegen habe ich hier auch mal eher einen Tipp für Halbzeit 2 mitgebracht. Denn ich glaube auch da werden wieder beide Teams ein bisschen offener spielen. Ein bisschen mutiger spielen. Und deswegen werden dort auch mehr Tore fallen als in der ersten Halbzeit. Machen wir weiter mit Hansa Rostock gegen den 1. FC Kaiserslautern. Zwei Vereine aus dem Mittelfeld. Lautern eher aus dem oberen auf Platz 9. Rostock eher aus dem unteren mit Platz 13. Und dazwischen liegen zwei Punkte. Und deswegen weiß man ganz genau, wie eng es mal wieder in der zweiten Liga ist. Beide müssen aufgrund ihrer aktuellen Form ein bisschen aufpassen. Nicht noch weiter abzurutschen. Rostock letzte Woche unentschieden gegen Fürth. Kaiserslautern 0 zu 3 verloren gegen Regensburg. Und deswegen weiß natürlich jeder, das ist ein wichtiges Spiel. Wer hier verliert, der muss auf jeden Fall die nächste Woche eher den Blick nach unten richten in der Tabelle. Generell sind es ja auch zwei Mannschaften, die viele Karten in der Liga sammeln. Und ich glaube, das wird man auch am Wochenende sehen. Hier gibt der Schiedsrichter mindestens in Summe fünf gelbe Karten. Braunschweig gegen Paderborn ist dann wiederum formmäßig eines der richtig guten Duelle. Braunschweig als Aufsteiger ist seit einigen Spielen richtig gut drauf. Sammeln Punkte zeigen Leistung. Letzte Woche der wichtige Sieg gegen Mittaufsteiger Magdeburg mit 2 zu 0. Deswegen aktuell erst mal Elfter. Paderborn hat sich geschüttelt. Hat letzte Woche ein gutes Spiel gemacht gegen Sandhausen. 3 zu 0 gewinnen können. Damit einen direkten Aufstiegsplatz wieder erobert. Und mich würde es wundern, wenn Braunschweig Paderborns Offensive so sehr stoppen kann, dass sie nicht mindestens zwei Tore schießen. Denn das ist meine Prognose. Paderborn macht mindestens zwei Tore. Regensburg gegen Sandhausen. Zwei Mannschaften, die im unteren Teil im Mittelfeld dabei sind. Die eher im Abstiegskampf sind als im Aufstiegskampf. Also eigentlich alles wie immer. Regensburg letzte Woche durch den Sieg gegen Lautern erst mal ein bisschen befreien können. Sandhausen durch die Pleite in Paderborn halt nochmal weiter unten reingerutscht. Trotzdem sehe ich beide Teams ungefähr auf einer Höhe. Auch hier heißt es sicherlich eher nicht zu verlieren, als zu viel zu riskieren für einen Sieg. Und deswegen wird man das auch vor allem zu Beginn des Spiels sehen. Und wir haben dann auch ein Remis zur Pause. Nürnberg gegen Hannover. Zwei große Namen im deutschen Fußball. Die aktuelle Liga 2 rumdäumeln. Und Hannover will natürlich raus aus Liga 2. Das ist ja mittelfristig gezielt. Dieses Jahr sind sie Stand jetzt auf jeden Fall oben erst mal mit dabei. Und Nürnberg ist unten mit dabei. Konnte aber durch die wichtige oder durch den wichtigen Auswärtserfolg in Düsseldorf letzte Woche zumindest mal ein bisschen durchatmen. Aber halt auch nicht mehr und nicht weniger. Hannover letzte Woche gutes Spiel gemacht gegen Arminia Bielefeld. Und ich glaube, dass das ein enges Ding wird. Hannover ist der Favorit. Ich glaube, darüber muss man sich nicht unterhalten. Es wird aber trotzdem eng. Und auch die Geschichte wird, glaube ich, je länger das Spiel geht, auch eher entschieden. Ich sage, in der zweiten Halbzeit fallen hier mindestens zwei Tore. Top-Spiel der Woche. Zumindest von der Uhrzeit her um 20.30 Uhr. Arminia Bielefeld gegen den FC St. Pauli. Sicherlich zwei Mannschaften, die rein individuell von vielen auch oben gesehen wurden. Es bislang aber noch gar nicht zeigen können. Bielefeld ist Tabellen 18. Acht Punkte gerade mal geholt. Das ist schon wahnsinnig wenig. Und der FC St. Pauli hat letzte Woche das Derby gewinnen können. 3-0 Erfolg gegen den HSV. Das kann natürlich einen richtigen Schub geben. Davor war es nämlich auch nicht wirklich gut. Vor allen Dingen auch nicht punktemäßig. Hier gehe ich auch davon aus, dass es eng wird. Wie so oft an diesen Zweitliga-Wochenhänden. Meine Prognose ist hier in Halbzeit zwei Treffen beide. Heidenheim gegen Kreuter führt. Ist dann noch ein Duell am Sonntag. Heimstarke Heidenheimer haben letzte Woche auswärts verloren in Kiel. Mit 1-3 kann mal passieren. Man ist immer noch oben mit dabei. Auf Platz 4 spielt eine starke Saison. Kreuter führt. Hat den Trainer entlassen nach dem 2-2 gegen Rostock. Ist dadurch aktuell erstmal Tabellen 16. Da natürlich für den Bundesliga-Absteiger deutlich zu wenig. Ich bin sehr gespannt, wie sie jetzt gegen Heidenheim performen werden. Denn beim FCH ist es eigentlich immer unglaublich schwer. Unglaublich zäh. Unglaublich intensiv. Und deswegen fallen hier auch nicht mehr als drei Tore. Der 1. FC Magdeburg ist am Sonntag zu Gast beim Hamburger SV. Zwei Mannschaften, die den Ballbesitzfußball mögen. Die es mögen, nach vorne zu spielen. Und teilweise defensiv dann Probleme haben. Der ASV spielt bisher eine richtig starke Saison. Kriegt das auch echt gut im Griff mit der Defensive. Wobei es natürlich ja letzte Woche mit dem 0-3 auf St. Pauli alles andere als gut gelaufen ist. Man ist aktuell dritter Punkt gleich mit Paderborn. Zwei in der Darmstadt. Nichts passiert. Man ist voll im Soll. Der ASV in Magdeburg ist das Stand jetzt erstmal nicht. Man ist 17. Natürlich möchte man dort nicht landen. Letzte Woche die Pleite gegen Braunschweig mit dem 0-2. Und Magdeburg hat halt auch durchaus seine Probleme. Auch wenn man gerne Fußball spielen will. Dadurch eben auch zu richtig guten Torchancen zu kommen. Und deswegen glaube ich auch hier, wenn sie schwer haben. Und in Halbzeit 1 wird Magdeburg auf jeden Fall schon mal kein Tor schießen. Abschließend haben wir dann noch Karlsruhe gegen Düsseldorf. Zwei Verfolger im Aufstiegsrennen kann man sie sicherlich nennen. Karlsruhe auf der 8, Düsseldorf auf der 7. Beide mit 17 Punkten. Beide letzte Woche knapp verloren. Das klingt für mich nach einem relativ engen Duell. Ich glaube, das werden wir auch sehen. Und das auch in den Leistungsdaten. Kein Team hat mehr als 60% Ballbesitz. Und somit sind das meine neuen Prognosen für den nächsten 2. Liga Spieltag. Gleich kommen natürlich auch noch alle gegen Thiele online. Sprich meine spezifischen Tipps. Der Ergebnistipp für jedes Spiel. Schaut doch dort gerne rein. Und dann sehen wir uns da wieder. Macht es gut. Ciao. Und bleibt am Ball. Und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.